Vielen Dank. Kann eigentlich jede Selbsthilfegruppe und Selbsthilfeorganisation gefördert werden? Da gibt uns der gesetzliche Rahmen gewisse Grenzen. Der GKV Spitzenverband, das ist die Dachorganisation aller gesetzlichen Krankenversicherung, hat hierfür einen Leitfaden erstellt. Und in diesem Leitfaden ist dann ersichtlich, welche Krankheiten können denn überhaupt gefördert werden? Und welche Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeorganisationen können gefördert werden? Und wie sehen die einzelnen Voraussetzungen aus? Sie sehen, das ist ein ganz bunter Blumenstrauß. Und letztendlich kann ich Ihnen nur empfehlen, schauen Sie auf die Homepage des GKV Spitzenverbandes. Dort ist dann auch der Leitfaden abgebildet. Und am Ende, wenn es natürlich um eine Organisation in Baden-Württemberg und Hessen geht, dann können Sie sich auch gern an den BKK Landesverband Süd wenden. Wir helfen dann auch sehr gern weiter. Vielen Dank.